Hackmesser! Ich geh mal ganz runter. Achso, das sind nur die... Fernkampf. Das hier... Achso, Schaden minus 3. Oh, das ist gar nicht so gut. Wir haben schon das Beste, ne? Bin ich ja leicht enttäuscht wieder. Ich wünschte, ich könnte mir meine eigene Waffe machen. Tja! Ich schaue mal grad nochmal. Ausrüstung. Wir haben es ja... Verbessert, ne? Verstärkt. Man kann es also nur einmal verstärken. Ich hätte jetzt gerne... Wir hatten ja noch Flamme zur Auswahl. Das hätte ich jetzt ganz gerne gemacht. Aber gut. Man kann nicht alles haben. Danke sehr. Ne, hier wollte ich nicht rein. Ich finde hier keine normalen Läden. Das ist... Nein, danke. Moment, was ist das? Oh, das hört sich gut an. Chuu! Letzt Mal hatten wir den Wookie. Jetzt haben wir Chuu. Irgendwann sehen wir dann Baka. Das ist alles ein Zeichen. Ja, ich schau mal. Ich hab eigentlich schon alles, ne? Oh! Oh! Ausgeh-Handschuhe. Cool. Die sehen aus wie Strumpfhosen. Hm. Damen-Anschuhe. Ah! Warte. Ich hab ja gesagt immer, dass ich ein Kleid wollte, ne? Ich frag mich, wann wir das bekommen. Dieser mal. Also, Platten ist jetzt das Beste. Also, ich bin eigentlich mit meiner Rüstung noch zufrieden, ehrlich gesagt. Nur da ich die ja nie trage, während wir unsere Großtaten vollbringen, bringt mir das nicht so viel. Boah, ist das teuer. Oh! 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 Moment, wo hatte ich jetzt sehr hässliche Handschuhe mit Blut gedrängt. Ausgeh-Handschuhe. Hm. Damit die kleinen Hände nicht frieren. Oh, schön. Ich würde sie so gern anziehen, aber... Mir fehlt doch das Kleid. Moment. Hoffentlich bekommen wir eins. Oh. Alltagsbekleidung. Hm. Ich frag mich, ob wir überhaupt ein Kleid kaufen können. Hm. Ich mein, das hier kostet auch nicht so viel, ne? Kruselfaktor. Minus 31. Hm. Ich würde mir schon gern mal was anderes anziehen. Das kostet ja nix, ne? Ahem. Achso. Die Ausgeh-Handschuhe. Kosten auch nix, kann man mitnehmen. Ihr habt den weißen Balvarin getötet. Die Arena ist genau das Richtige für euch. Hahaha. So, Moment. Heute haben wir frei. Da ziehen wir uns einmal um. Äh, Uber. Uber. Achso, das waren die Handschuhe. Ausgeh. Die sehen voll komisch aus. Die sehen nicht aus wie Handschuhe. Hm. Wollen wir gleich reklamieren? Oh my god. Yes. Oh ja. Leute. Wir sind bald soweit. Hey. Das zieht einfach nur mal scharf. Oh my god. Guck mal. Natürlich freuen die sich. Juhu. Also im Grunde genommen kann man in diesem Spiel doch eine Frau spielen. Ich glaube wir können euch ein besonderes Angebot machen. Ich schau nur gerade wegen... Ist ja bei... Haben wir denn nix? Edel vernet Hose. Mhm. Da! Oder? Ich kauf's mal einmal. Müsste eigentlich dazu passend sein jetzt, ne? Naja. Mehr oder weniger. Was soll's. Geben wir uns damit erstmal zufrieden. Die brauchen auch Schuhe, ne? Such dir einen Schwertkämpfer. Guck mal. Da lieben einem die Männer schon. Die liegen einem zu Füßen. Soll ich ihm mal... Oh, er ist nicht von der Sorte. Ich möchte gerne jetzt einen Mann heiraten. Ich geh mal. Wir gehen gleich in die nächste Stadt. Ich weiß nicht welche. Hm. Wo haben wir denn ein Haus gekauft? Das war nicht so das geile Haus. Ähm. Karte, Karte, Karte. Mhm. So. In Witchwood. Oder war das Nothale? Ja, ist ja... Der gleiche Fleck. Da haben wir, glaube ich, ein Haus gekauft. Ich... Yeah. Hm. Boah, ja. Ich würde jetzt echt gerne irgendwo mir noch ein Haus kaufen und einen Mann heiraten. Ich weiß nur nicht wo. Müssen wir dann in der nächsten Stadt die wir finden? Müssen wir das machen? Hi. Na? Ja. Guten Morgen, äh, Abend. Oder was auch immer. Ja. Ja. Was? Nein. Such dir einen Schwertkämpfer? Mhm, mhm. Respekt, Tautenmeister. Danke. Ey, haben die jetzt schon wieder geschlossen? Hey! Ich wollte auch noch einen Ehering und... und... und Tränke und... Mir reicht's. Warte mal, ich muss mal gucken, was meine Frau sagt. Ah, hallo, mein Herzblatt. Sieht gut aus. Hübsche Hosen. Die Handschuhe stehen euch. Danke. Hübsche Hosen und die Handschuhe stehen euch. Okay, das Oberteil gefällt ihr wohl nicht so. Kann ich ihr das eigentlich schenken, dass sie sich umzieht? Ich glaube nicht, ne? Na, was soll's? Okay, hier haben wir jetzt erstmal für heute genug getan, würde ich sagen. Nein, nein. Wir sind zwar jetzt eine Frau, aber wir können uns selber verteidigen. Mh... Zur Gilde wollten wir erstmal. Natürlich, ey, dann in der Arena, dann wären wir wieder ausgezogen. Aber ich habe mir jetzt noch keine Tränke gekauft, oder? Es ist so viel passiert, dass ist jetzt alles zu viel für mein Gehirn. Gehören. Mh... Ausrüstung. Na, ich komme hier mit den L, mit den Schultertasten, nicht klar. Ähm, zack. Ne. Ich habe noch keine... Ach doch, zehn Stück. Ja, hm, ne? Könnte man noch mehr mitnehmen. Oh, zack. Willenskraft... 20... Wiederbelebungs... Dingensens... Sieben. Ich würde gerne noch ein paar mehr Tränke kaufen, bevor ich hier loslege, würde ich... Eigentlich ganz gerne. Ich gehe mal einmal nochmal... Zack. So, wir waren jetzt unten in Oakvale, oder? Ne, in Bowerstone. In Bowerstone waren wir. So, ja. Hm. Ich habe den... Ich habe den Durchblick. Tada, 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 tada. So, äh, falsche Richtung. Direkt hier lang. Ist es jetzt Tag oder Nacht, oder... So, da sind Leute. Aber wenn es jetzt Nacht ist, kann ich direkt schlafen gehen. Huch. Wie sie sich freuen alle, finde ich schön. So, ich habe hier irgendwo... Okay, es wird dunkel, ne? Sterne. Ja, ich glaube, die gehen nach Hause zum Pennen, dann legen wir uns auch schlafen. Oha. Hi. Hallo. Geliebtes Herz. Danke. Danke. Sie mag auch nicht mein Oberteil. Frauen eben. Weiß ich nicht. Die möchte wahrscheinlich selber das haben. Gut, ich lege mich schlafen, bevor meine Frau kommt und das Bett beschlagnahmt. Ist immer noch Nacht? Ne. Es ist hell draußen. Okay. Okay. I like that, that, that girl. Was ist das hier? Das ist doch wieder die Bar, ne? Also... Gasthaus. Entschuldigung. Mir fällt immer das Wort nicht ein. Ladenbesitzer. Hi. Woah, die nehmen wir. Wie viel kostet die? Ich habe gar nicht geguckt. Woah. 63. Brauchen wir eh immer. Oh, my money. Meine Money, meine Money. Oh. Rote Rosen. Wenn wir schon mal Geld ausgeben. Oh, yes. So. Dann brauche ich für die Zukunft nicht immer welche zu suchen. Kann ich Rubine verkaufen? Ich habe ja so viele, ne? Ich habe, glaube ich, noch nie was verkauft. Kann das sein? Das sollte ich immer langsam tun. Äh, 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 äh. Kann es sein, dass, äh, der gute Lehrer hier meine Bücher verscherbelt? Oh. Hm. Wie man sich richtig daneben nimmt. Ich mag... Nee, ich möchte das nicht. Nee, nee, nee. Wie kann ich denn eigentlich Sachen... Ach, da oben! Steht doch ganz groß verkaufen. Ah, ja. So, dann... Nein, zack. Ja, das, äh, brauche ich alles. Grüner Apfel, Apfelkuchen. Ich könnte das eigentlich alles verkaufen, ne? Bringt mir ja nicht viel, oder? Kann ich mir lieber, äh, Getränke... Gesundheitstränke kaufen. Boah. Apfelkuchen. Ist auf jeden Fall gesund. Ähm, ich frag mich grad, ob wir dicker werden können, wenn wir ganz viel Zeug fressen... Essen, Entschuldigung. Tut mir leid. So, Geschenke. Wir haben vier Eheringe. Da. Ja, die verschenken wir ja sowieso nur immer aufs Versehen, natürlich. Zack. Die auch. Obwohl manche Leute ja danach fragen, ne? Nicht, dass ich jetzt was Falsches mache. Eine Quest hatten wir ja, da hat er nach so einem Ding gefragt. Aber gut, okay. Ich behalte sie erstmal. Können wir später immer noch versterben. So, jetzt habe ich eigentlich alles, was ich wollte, ne? Tränke. Ringe. Können wir eigentlich auf zur Arena, würde ich sagen. Halt. Lulululul. Da lang. So, wir sind aufgeladen, wir haben geschlafen. Wir können, äh... Können wir das eigentlich? Ich will es mal ausprobieren. Ups. Ich komme echt nicht mit klar. So. Können einmal einen Apfelkuchen essen. Benutzen. Okay. Okay. Dann... Möchte ich gerne... ...ein Bier trinken. Ein Schlauch. Ach. Wir können es doch zuordnen und läu... Ah. Zack. Okay. Ah. Wir leben ein gutes Leben. So. Ähm. Ich lerne gerade ein bisschen hier... ...das Spiel kennen. Das tut mir leid. Ich möchte gerne zurück... ...nach Nothole Glade. Da haben die alle nach dem Bier gefragt. Ich freu mich, ob die das dann immer noch wollen, wenn ich wiederkomme. Ach. Dieses Fleisch geht mir auf den Keks. Moment. Jetzt bin ich natürlich weggelaufen von dem... ...da. Ich verkaufe gerade das Fleisch. Dann, äh... ...beamen wir uns... Ups. Entschuldigung. Knothole Glade beamen wir uns dann hin. Mann. Es ist dir eine Freude, euch zu diensten sein zu können. Das ist aber lieb von dir. So. Zack. Wir sind unübertrefflich. Er ist so ein guter... Was ist das hier? Oh, Waffen. Waffenmeister. Oh. Äh? Was? Mit einem Paket... Moment, Moment. Mit einem Paket... Ah! Ich will das lesen, aber der will nicht runterscrollen. Will ich das lesen? So. Ha! Ha! Oh, Mann. Dieses Spiel ist so krank. Boah, geil. Ach, Mann. Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Bringt uns das was? Jetzt habe ich natürlich schon so viel Zeugs gekauft und mein ganzes Geld losgeworden. Nein! Der hat ja viel schönere Klamotten. Mh. Oh, ist das traurig. Warte mal, ich gehe mal runter. Oh, das ist doch doof. Wir haben uns jetzt so ein Billigkrams gekauft. Glänzende Lederstiefel. Ne, die sehen aber nicht sehr glänzend aus. Hm. Hm. Die habe ich, ne? Oh, ist das teuer. Holy crap. Oh my god. So, wir können... Okay. Oh, die sind viel schöner. So. Na? Sack. So. Einmal... Kleiden wir uns noch um. Eigentlich haben wir doch direkt Outfits, oder? Ausgeh. Ah, holy. Oh my god! Oh my god! Wie schön ist das? Oh, ist das toll. Ah, hier ist so viel Schatten. So. Geil. Endlich. Ich frage mich, ob die mich hier jetzt mit Frauen verwechseln. Guckt euch die Schuhe an. Geil. 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 Perfekt. Okay. So, ich würde sagen, dass Billigkrams Zeug ist. Was nicht mal zusammengepasst hat, können wir jetzt verkaufen. So. Heute ist ein bisschen, ähm... Kaufen und Verkaufen angesagt. Aber muss auch mal sein, oder? Das nicht. Die Ausgehandschuhe. Zack. Ich würde gern dieses Räuberdingens verkaufen. Och, das ist so nervig. Das ist das Grüne, das ist nicht so hübsch. Ja, so. Geil. Zack. Okay, ich würde sagen, mein Charakter ist endlich fertig. Wer ist das? Ihr habt es geschafft. Ihr seid ein wahrer Held. Danke. Oh. Wow. Die mögen mich aber wirklich. Hurra. Ihr seid jetzt gut genug, um in der Arena zu kämpfen. Achso. Darum sagt ihr mir das. Gut, ähm... Boah. Ich muss wirklich attraktiv aussehen mit den Klamotten. Juhuuu. Yay. Yay. Die zwei Mädels, die wir befreit oder gerettet hatten. Wo ist denn hier der blaue Punkt? Wo bin ich? Ich sehe nichts mehr vor lauter Herzen auf der Garte. So. Hier komme ich doch theoretisch auch da an, oder? Jetzt zum blauen Punkt, dass wir uns zur Gilde beamen können. Wo geht's denn hier eigentlich lang? Moment, hier muss ich lang, ne? Ups. Excusey. Jetzt so ein pink glänzendes Schwert. Das wär doch was. Den Bogen würde ich am liebsten auch verkaufen. Der nervt mich nur auf dem Rücken. Hi. Wo würdet ihr mir wohl einen Ehering schenken? Pff. Ja. Für sonst nichts zu tun. Boah, die wollen mich alle direkt heiraten jetzt. Das gibt's gar nicht. So. Wir haben aber was anderes zu tun. Wir sind hier, um... ...Held zu sein. Und die Welt zu retten. Ich weiß gar nicht, was hier das Problem ist eigentlich. Hab ich schon... ...vergessen. So. Mein guter. Ich speicher mal. ... ... Amen.